Dieser schicke Ford Grand Toneo Connect als Siebensitzer könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wismann. Der Euro 6 Diesel erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt. Das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vollersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Grand Toneo schützt Sie rundum mit ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Grand Toneo Connect als Siebensitzer und seiner umfangreichen Sonderausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Einfachprobe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Da. Da. Da.